Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist mal was ganz Ungewöhnliches. Heute versuchen wir mal was Neues, nämlich folgendes. Ich gebe mir Hitze frei. Also, ganz ehrlich, nach dem Video vom Mittwoch, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich labere euch den größten Müll entgegen, was ich echt nicht wollte und ich mich hier an dieser Stelle auch entschuldige, denke ich, dass es jetzt echt viel besser ist, wenn wir jetzt nicht weiterreden und ich mir einfach mal einen Tag lang Hitze frei gebe und dann nächste Woche wie gewohnt weitermache. Oder vielleicht gebe ich mir auch nächste Woche noch mal Hitze frei. Ich weiß es noch nicht. Das werde ich mal sehen. Aber auf jeden Fall möchte ich euch auch anbieten, wenn der Lust hat und wer kann, macht doch einfach mit. Gebt euch heute Hitze frei. Legt euch irgendwo hin, esst ein Eis, geht in die Stadt und esst dort ein Eis oder macht irgendwas, was ihr möchtet oder trinkt Eistee oder am besten trinkt eher was Warmes, weil dann wird es einem eher kälter. Aber ja. Und auf jeden Fall macht euch einen wunderschönen Tag und macht nichts, was ihr nicht wollt und wo ihr einfach keine Lust dazu habt. Und ja, nennt euch Hitze frei. Und ich würde sagen, ich mache jetzt auch Schluss. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr an eurem hitzefreien Tag macht, was ihr machen würdet, was ihr machen wollt. Und ja, wir sehen uns und schreibt mir gerne auf Twitter oder Facebook oder eben auch eine E-Mail an die bell.readmyatoutlook.com Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.